Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich befinde mich hier noch im Hotel Möwenpick hier am Flughafen Genf und werde heute auf dem Weg zum Flughafen machen und fliege heute mit der Swiss in der Airbus A220C Series Business Class von Genf nach Frankfurt. Ich wünsche euch viel Spaß, gleich nach dem Intro. Also die Priority Siku war okay. Es war sehr viel los, aber dafür waren die Mitarbeiter sehr freundlich. Und ja, nachdem einer leichten Stresses hatte, kann ich gerade jetzt gemütlich in die Swiss Business Class Lounge gehen. Ich weiß nicht, wo das genau ist. Ich muss jetzt schauen, wo das ist. Das ist jetzt so, da bin ich richtig. Sollte Dänte Musik Schmuck Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So, ich befinde mich hier in der Swiss Business Class Lounge in Genf. Ich muss sagen, eine tolle Atmosphäre hier, wirklich sehr inklusiv und so. Und die haben sogar auch für die HON-Status einen eigenen Bereich hier in der Swiss Business Class Lounge von der Swiss. Es gibt natürlich hier einen kostenlosen WLAN in der Swiss Lounge, aber ich muss immer mit dem Code eingehen. Also ich habe immer beim Eingang einen Code bekommen, dass die mir auch gefragt haben, ob ich einen WLAN haben möchte. Und ich habe gesagt, ja, bitte. Und ich habe auch bekommen und mit dem Code soll ich für die WLAN als Passwort eingehen. Und das hat auch funktioniert. So, nach der Swiss Lounge, als ich gut gegessen und getrunken habe, war es sehr gemütlich. Es war nicht so viel los und bin jetzt auch gemütlich auf dem Weg zum Gate A. Weil da geht es beim Flug nach Frankfurt. So, ich bin jetzt an Bord in der Swiss Airbus A220 Business Class in einer einzelnen Konfiguration. Ich muss sagen, jetzt leider haben wir eine Verspätung gehabt mit 20 Minuten. Und deswegen hat auch der Bord nicht so lange gedauert und soll auch gleich mit dem E-Loten losschalten. Ich muss sagen, die erste Reihe ist überrascht sehr bequem. Ich habe auch Glück gehört, dass ich sogar die erste Reihe auswählen darf. Und ja, ich habe irgendwie viel Fußfreiheit und so. Also sehr komfortabel für mich. So, ich habe alles begrüßen von einer netten Swiss Flight Plattform, eine Flasche Wasser bekommen und ein Flüssungstuch vor dem Start. All the emergency exits. Smaller items such as tablets and mobile phones must be safely secured in the passenger... 1, 2, 3, go! 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 1, 3, go! 1, 3, go! 1, 4, go! 1, 5, go! 1, 5, go! 1, go! Wow! Das Selbst war wirklich sehr gut. Ich habe jetzt zuerst bekommen so kalte Speisen. Und zwar ein Masse Zickelbrötchen mit Oliven. Und eine Scheibe von Dinkelbrot mit Quark und Lachs mit Urgeld. War wirklich sehr gut. Und zum Dessert habe ich bekommen so Schokoladenmus mit Frütchen. Also war wirklich hervorragend. Und zu trinken habe ich gehabt einen Sekt. War sehr gut. Auch eine Schokolade habe ich bekommen. Das ist ein hervorragender Service von der Swiss. Ihr könnt euch vorstellen. Ich habe geschwärmt über den Service, wie gut das ist. Und ich habe als Belohnung bekommen einen Tafelschokolade von der netten Swiss Flight Purs. So, die Swiss Flight Purserin wollte sogar mir schreien, dass ich so begeistert bin auf dem Flug. Einen positiven Feedback, dass ich schreien soll. Und das wird weitergesendet. Und jetzt bin ich gespannt, was die hier machen werden. Und ich habe sogar viel Belohnung bekommen, mehr als gedacht. Also ich fühle mich wirklich so gut behandelt wie noch nie. Und ja, ich habe amikatoil von Kapp und Frank Schoen von Brasilien. Und ich habe das nicht so gut behandelt. Und ich habe das nicht so gut behandelt wie noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. so wir kommen in frankfurt auch hier in frankfurt haben wir für uns business class einen eigenen bus was für ein toller flug mit der swiss in der airbus a220 c series business class von genf nach frankfurt die crew war wirklich sehr freund und hilfsbereit toller service sogar die waren so hilfsbereit von mir also der hat mich wirklich voll auf meinem herzen gemacht also ich fühle mich wirklich gut also perfekt einfach war das service und ich habe das belohnen bekommen eine flasche sekt bekommen also das geht mir einfach auf mein herzen ja aber leider haben wir mit einigen verspätungen immer noch erreicht in frankfurt aber dafür geht es noch mein anschlussflug nach wien noch aus so 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 Musik Musik Viele haben es eilig So, ich muss jetzt meinen Anschlussflug erwischen und möchte jetzt schon bedanken für die Zuschauer meine Freunde Ich hoffe dir das Video ist sehr gut gefallen Gebe mir einen Daumen nach oben, schreibe mir einen Kommentar wenn du dir freust und nicht vergessen abonniere meinen Kanal mit BernaTV Link unter der Beschreibung ist mein Instagram Link Dann bedanken wir für's Zuschauen meine Freunde und tschüss bis zu meinem nächsten Video, mach's gut Musik 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 und eine Ansehung weiterhin.